Philipp Gmür, Helvetia, präsentiert das Halbjahresergebnis 2019. Fast 30% mehr gewinnen. Im Fussball würde man sagen, das tönt nach einem leichten Spiel. Wenn es so einfach wäre. Es ist das Ergebnis zahlreicher Anstrengungen und wir verspürten Rückenwind. Nun, über Fussball reden wir nochmals ganz am Schluss. Da verraten Sie uns nämlich, wer Ihre Lieblingsmannschaft ist. Jetzt klären wir zuerst die Zahlen. Sie sprechen von Rückenwind. Denken Sie da an die Entwicklung der Börsen? Es sind folgende Elemente. Erstens profitierten wir von den guten Kapitalmärkten und zweitens auch von einem einmaligen Steuereffekt. Ein drittes Element, und das ist das Wichtigste und das Nachhaltigste, wir vermochten, unsere versicherungstechnischen Resultate zu verbessern. Versicherungstechnische Resultate, was meinen Sie da ganz konkret? In der Lebensversicherung vermochten wir, die einzelnen Gewinnquellen auszuweiten, was insgesamt zu einem besseren Resultat geführt hat. Und in der Nichtlebensversicherung haben wir eine Verbesserung der kombinierten Schaden-Kostenquote. Wenn wir jetzt beim Bild vom Fussball bleiben, dann hat unser Team auf ganz verschiedenen Positionen viele Tore erzielt. Und dafür möchte ich insbesondere auch meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern herzlich danken. Nun, der Gewinn, das ist das eine. Eine andere wichtige Kennzahl ist das Wachstum, plus 3,3 Prozent. Das ist sogar noch mehr wie vor einem Jahr. Damals war es vor allem das Nichtlebengeschäft, das sehr gut gelaufen ist. Was ist es dieses Mal? Es ist auch diesmal das Nichtlebengeschäft. Wir konnten das Volumen ausweiten um über 6 Prozent, namentlich auch in der attraktiven Sachversicherung. Daneben haben wir auch ein erfreuliches Wachstum bei den kapitalschonenden Lebensversicherungsprodukten. Hier sind wir strategiekonform vorangekommen. Insgesamt ein wirklich erfreuliches Resultat. Kann es da überhaupt noch besser laufen? Wir sind konfrontiert mit vielerlei Unwägbarkeiten, insbesondere rekordtiefer Zinsen. Das bedeutet für uns, dass wir unsere Strategie Helvetia 2020 konsequent weiterführen. Wir erwarten dann auch zusätzliche Wachstumsimpulse aus zahlreichen bereits lancierten Projekten und neuen Ideen. In der Mitteilung schreiben Sie da zum Beispiel, dass Sie eben das Kerngeschäft stärken möchten. Und das mit dem Ausbau des B2B2C-Geschäfts. Was dürfen wir uns da ganz konkret vorstellen? Wir wollen da präsent sein, wo der Kunde sich bewegt, da auch, wo unmittelbar Versicherungsbedürfnisse entstehen. Zum Beispiel eben am Verkaufspunkt von Konsumgütern. Wir haben deshalb die Zusammenarbeit mit Anbietern in der Elektronikbranche, im Fahrzeugbereich und anderen ausgebaut, sodass man beispielsweise beim Kauf eines Rasenmäherroboters oder eben eines Autos bequem Versicherungsdeckungen einkaufen kann. Ein anderes Thema ist Ihre Tochtergesellschaft Smile. Das ist ein Online-Versicherer und der wirbt ja damit, dass es künftig gar keine Berater mehr braucht. Was sagen da Ihre Aussendienstmitarbeitenden dazu? Smile ist die Antwort auf neue Kundenbedürfnisse, auf ein neues Kundenverhalten. Es gibt ein Segment, das sich lieber selber bedienen will. Wir sind aber überzeugt, dass es insbesondere auch für komplexere Beratungen auch künftig den Kundenberater, die Kundenberaterin braucht. Das stellen wir jeden Tag zu Hau fest im KMU-Bereich und bei der überwiegenden Anzahl von Privatversicherungskunden. Zum Schluss, Philipp Gmür, lüften wir noch das Geheimnis, für welche Lieblingsmannschaft Sie im Fussball sind. Helvetia hat ja Hauptsitze in Basel und in St. Gallen. Für welche Mannschaft schlägt Ihr Herz? Mein Herz schlägt für den Fussballklub Luzern. Dort, wo Sie herkommen. Danke für das Gespräch, Philipp Gmür. Herzlichen Dank, Frau Giger.